Kai, komm zu mir. Ich muss das Namen des Frühlings aufhalten. Darum werde ich ihm entgegenfliegen. Sag, wirst du dich nicht einsam fühlen ohne mich, Kai? Nein, ich kenne keine Einsamkeit, keine Traurigkeit, keine Fröhlichkeit. Das ist gut. Das ist gut, wenn du keinerlei Gefühle kennst. Weder die Liebe noch Unruhe oder Aufregung. Du musst ruhig und klar sein. So beschäftige dich mit dem, was ich dir auftrug. Mädchen, siehst du das Norden? Dort liegt dahinten, da beginnt das Reich der Schneekönigin. Weiter zu laufen, trau ich mich nicht. Hab vielen Dank, liebes Rentier. Lauf nach Hause. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020